Musik 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 Da liegen einige ja ich gehe mal kurz was trinken also was heißt was ich gehe mal kurz hoch und dann trinke ich in real life was weil die Georgie soll mich ja nicht killen ich passe jetzt hier auch auf ich lasse mal zwei Crawler leben was wir mal killen sollten 10.000 Punkte hast du ja krass ja da wird einem schwindelig bei dem wird auch einen schwindelig hey Georgie Runde 13 okay eigentlich 14 aber also 15 mindestens oder ja klar das ist ja so jetzt ich bin da und du kannst kommen das ist ja wir müssen hoch wo gehen wir eigentlich hin scheiße wir müssen doch oder wir müssen eigentlich ganz zurück du bist ja irgendwie geflogen vorhin wie hast du es gemacht? wie geflogen? ne du warst auf einmal wieder ganz am Anfang so schnell ja du musst hier einfach laufen da links hier ach so ja klar komm und dann machen wir da oben mal alle Türen auf oder beziehungsweise du machst sie auf würde ich sagen ja schau wie sie schwimmen oh ist das süß hier irgendwo gab es mal die MPL oder gibt es bestimmt immer noch aber so wir müssen jetzt ja ne warte 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 komm mal runter ich glaub da unten ging's lang echt? ja da genau da musst du jetzt aufmachen wo bist du? hier hier hey zurück oder hier ja da 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 hoch ah ok deswegen dass wir da rüber können weißt du so ich glaub hoch können wir immer noch nicht ne na schade aber wo ist jetzt die Kiste? mal schauen wo ist denn die? ach ne doch die ist schon auf dem Schiff wir müssen nochmal oh warum springen wir runter ja die ist oben auf dem Schiff ja ja an dem Stahl sieht man das jetzt fällt es mir wieder ein ich kann den Zaubermodus wieder langsam das ist aber ja man hat den nur so kummel also fast nicht gesehen wegen dem Nebel also bei World at War war es ja auch schon so bei bei Shino Numa dass man das so gesehen hat wie muss ich denn da rauf? wo wirst denn du? einfach hoch gehen? bist du schon oben? nein aber ich geh jetzt gleich hoch ich bin oben aber ich find die Kiste nicht ohne Scheiß ich hör dich ah da ist sie ja wo denn? äh im mittleren also nicht ganz oben ach so ooooh ooooh mh mh okay CZ Akimbo für mich gibt es halt nur noch die die Pew Pew als bessere Waffe oh ja nimm 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 das jetzt einfach dass es schneller geht willst du? nimm 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 das geht's ab jetzt du kriegst was nichts mehr besseres mann ich will aber nicht zwei so fette Dinge haben ich glaub ich nehm lieber echt die Pumpen nein ne ich weiß nicht ja egal nein bist du bist du bist du alter what the fuck okay was ist was ist mich hat's weggeschleudert wo bist du gesprungen nirgends ich hab mich auf der scheiß Plattform da aufgeheißen ich auch egal jetzt müssen wir den Zombie suchen würde ich sagen ey weißt du ich weiß die ganzen Sachen nicht mehr und ich hab so ne übelst detaillierte Analyse über die scheiß Zombie gemacht ihr könnt's euch mal anschauen also ich hab's bei German Taters und bei mir hochgeladen in der Videobeschreibung steht der Link dazu ähm ja ich geh jetzt mal wieder bei meinem auf meinen Platz wir sollten mal den scheiß Zombie suchen wo ist denn der waren die nicht mach dich hör ein ja auch ich hör die ganze Zeit aber ich hab welche wie kannst du welche hören wenn die bei mir sind keine Ahnung ich hab welche gehört ist halt so was ist das es ist punch man punchen oh fuck ja super oder mach lieber wenn die Muni leer ist oder so stimmt stimmt brauch ich jetzt noch nicht stimmt ich bin behindert wieso denke ich überhaupt an das punchen wenn ich noch Muni hab ich glaub mir geht's wohl nicht mehr gut ich glaub ich über irgendein Dach Schaden hmmm das weiß ich nicht wie ich bin ich jetzt die letzten Runden vorgegangen jetzt hab ich so'n fettes scheiß Mg hm ich würde sie erst töten wenn du wirklich äh wenn wenn ich bin und viele da stehen halt das Ding ist ich bin noch nie in meinem Leben auf der Seite hier in Rape Train gelaufen oh fuck man der ist eh schon im Wasser ist insofern ok tju 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 so ist es eigentlich trotzdem gut mit der Aufteilung halt viel viel besser als das letzte Mal obwohl wir bei 11 Runden abgekackt sind ja aber eigentlich nicht wegen so großartig wegen dem spielerischen sondern eher wegen der Taktik so ich glaube mir war es jetzt schon bald bei er in der nächsten Runde würde ich dann wieder ein überleben lassen können wir denn die Kiste so gehen oder uns panschen denken was der 13.000 Punkte wenn ich halt zwei Downs hab von den ersten 5 Runden her wie viele Downs hab ich ein auch glaube ich am Anfang warum die failed haben hast du Quick Revive? ja ok die Perks gehen weg wenn man auch am Boden laggt oder? ja ja genau wenn man ganz Down geht glaube ich gehen nur die Waffen dann weg also halt dann geht alles weg ja so bei mir ist keiner mehr eigentlich also ich hab nen Crawler achso ja ja eigentlich kannst du nen killen oder? ja ja schon oh 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 scheiße jetzt hab ich das jetzt hab ich das Mikrofon gehauen oh Runde 15 wir sind so gut so wo ist jetzt Death Machine hier? hast du eine? ja nice wer ruft mich denn hier an? ähm jo Noah ich mach grad Zombie-Modus komm einfach hoch wenn du irgendwas willst weil ich kann grad nicht ans Handy hingehen also ciao also ein Kumpel von mir hat grad am Handy angerufen und ähm ja so Bäm äh Zombies Mann ist das ah jetzt könnte ich Down gehen nein du gehst jetzt noch nicht Down ich könnte aber ich werde nicht nein jetzt ist wenn der aber der steht schon im Wasser da ist irgendwas von irgendein ne war doch kein ich dachte jetzt doch doch instant killen aber ich kann nicht hin ich hab hier merkst du Ammo weiter jetzt okay so so warte ich kann es sogar noch bekommen aber ich bin so langsam im Wasser mit MG boah es war knapp so bei mir wäre ein Crawler sogar soll ich gleich leben lassen oder? ja lass am Leben ich bin so langsam im Wasser mit ihm oooohhhhh ohhhhh also so schlecht bin ich echt mit dem PS3 Controller ich merke es eigentlich so ich kann nicht also dass du mir damit spielst halt dass wir so einen großartigen Nachteil oder so haben merkt man es nicht wo ist mein Trailer hin? Ich glaube der ist weg ich glaube der ist ins Wasser gelaufen wieviel sind bei dir noch? keiner bei mir ist einer ich lauf gegen die Wand man soll ich jetzt einen Crawler draus machen oder leben lassen? was wollen wir denn anstellen wenn wir einen Crawler hätten? ich muss in die Kiste gehen ich würde gern dann nimm ihn mal ich bin schon da eigentlich kannst du das selber machen äh so hk21 oder ja epikartausch ich bin dann weg dann futter ich hier mal kurz eine Tortilla äh ich meine Tortilla Chips meine ich nicht die wahren Tortillas hm wo ist denn dieses Katapult eigentlich? ich stehe glaube ich direkt davor das ist halt so eine komische Plattform sieht man aber nicht Regan nice und hk21 ich glaube das reicht so jetzt haben wir echt gute Voraussetzungen wenn wir nicht ganz blöd sind jetzt haben wir fast das gleiche also ich hab die IPK als Sekundär Waffe ich glaube ich laufe jetzt erstmal einfach mit der Regan rum und dann wenn sie da stehen das Problem ist wenn ich in Rape Train laufe muss ich immer durchs Wasser laufen deswegen war ich extrem langsam eben mit meinem MG ach so ja aber aber die Zombies werden ja dann auch langsamer weißt das ist ja dann ja aber ich bin halt voll angehittet halt weil ich ja eingefroren bin ah das ist halt ich bin so langsam ey das kommt mit der Regan so jetzt kann ich bratzen was denkst du sollt ich punchen dann als erstes die HKN 20 oder die Regan? ich würde erst ab 20,25 punchen aber dann die HKN da liegt ne Nuke aber nein nimm sie nicht nimm sie nicht das bringt sonst uns weniger Punkte das bringt gar nichts ich nimm sie wenn sie fast wäre nein du nimmst sie gar nicht gar nicht ja weil es sonst das bringt sowieso dann weniger Punkte du nimmst sie gar nicht schaffe ich auch nicht mehr ah bei mir ist punchen ich könnte sogar punchen ja ich würde erst wirklich später punchen wenn du oder wenn die Muni knapp wird das ist so blöd wenn bei mir Nebel ist weil ich sie halt gar nichts mehr ich sie nicht sehr da scheint mir dann nicht gleich wieder viel größer werden wenn der Nebel wieder weg ist ah tut bringen ja Vielen Dank.